Einen wunderschönen guten Tag aus Berlin. Es ist Freitag, der Tag vom Wochenende. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid fit. Ich bin heute auf jeden Fall fitter als gestern. Und das mag aber daran liegen, dass ich, glaube ich, gestern irgendwann um 21 Uhr weggeknickt bin, eingeschlafen bin. Also relativ früh. Habe auch nicht mehr viel gemacht gestern. Zwei Folgen von The Orwell geguckt, wobei die schon fast Spielfilmlänge hatten. Und dann, wie gesagt, irgendwann halb neun ins Bad und um neun ins Bett. Ja, dementsprechend bin ich heute, wie gesagt, ein bisschen wacher als vielleicht den Tag davor. Was gibt's zu erzählen? Neues Display ist unterwegs. Ach Mann, ey. Da. Freue ich mich schon drauf. Soll nächsten Montag kommen. Dann kann ich das da direkt anpappen. Und dann mal schauen, wie das ankommt. Ja, und ansonsten, gestern war Donnerstag. Habe ich, wie gesagt, nicht viel gemacht. Heute ist Freitag. Heute werde ich am Nachmittag ein bisschen was streamen. Ist noch nicht ganz klar, was. Eigentlich wollte ich Banishers spielen, aber jetzt hat Germaine sich schon gemeldet und gesagt, wie sieht's denn aus mit Helldivers? Helldivers. Und entweder machen wir das off-streamen, dann am späten Abend oder on-stream am Nachmittag. Mal gucken. Weiß gar nicht, ob mein Rechner das schafft, Helldivers zu spielen und zu streamen. Verglüht mir vielleicht meine CPU oder so. Ja, und dann ist heute auch Filmabend, irgendwann am Abend. Und dann ist Wochenende. Ja, was gibt's sonst so? War gestern nochmal bei den Handybrüders. Habe mein Paket abgeholt. Diesmal war es da. Es war gar nicht so groß wie befürchtet. Hatte aber trotzdem irgendwie 5 Kilo Gewicht. Liegt jetzt im Flur. Ist halt nochmal Bettzeug, ne? Also Bettlagen, Decke und Kopfkissenbezug. Jo. Wochenende steht da irgendwas an? Eigentlich nicht. Nee, glaub nicht. So wie immer. Gut, das ist es. Mehr hab ich nicht. Es ist Freitag. Kommt gut durch den Tag. Habt bald ein schönes Wochenende. Und wir hören uns heute Nachmittag beim Streamen. Wenn ihr mögt. Und ansonsten wieder morgen beim nächsten täglichen Vlog. Dann gehabt euch wohl. Bis bald. Bleibt gesund. Und lasst euch nicht ärgern. Tschüss. Tschüss.